Behalten Sie beim Aufheben von Gewichten aus dem Stand eine stabilisierte, neutrale Wirbelsäulenschwingung und lassen Sie Ihre Fersen auf dem Boden. Falls Sie vor Erreichen des Gewichtes eine Spannung im Bereich Ihrer Hüften, Oberschenkelrückseite, Waden oder Sprunggelenke spüren, halten Sie an und gehen erst weiter, wenn sich die Spannung löst. Beim Heben von schweren Gewichten sollten Sie, um das Risiko von Bandscheibenverletzungen zu verringern, dabei auch in die Hocke gehen und den Oberkörper nicht weiter als notwendig nach vorne lehnen. Wenn Sie hingegen leichte Gewichte wie zum Beispiel eine leere Flasche heben und keine Rückenbeschwerden haben, können Sie Ihren Oberkörper mit stabilisierter, neutraler Wirbelsäulenschwingung auch weiter nach vorne lehnen und dabei weniger in die Hocke gehen.